Oh gut, er benutzt nicht ruck zu kippen, ey. So, ich bekomme allerdings zwei Striche. Dieses Radikale ist hier, den lassen wir killer schlecht hängen, ey. Gegen das Radikal kann ich hier keine Vorwürfe machen. Das ist der wahre Boss, scheiß auf Rokkoman. Ne? Oh, Junge. Alter. Wir haben gerade zwei Pokémon verloren. Insgesamt drei gegen den, technisch gesehen. Wir haben nur noch zwei Pokémon. Warte. Ne, wir hatten sechs. Wir müssen noch drei haben. Warum hab ich gerade das Taubsee gekehlt? Wo ist das Taubsee weg? Hast du aus Versehen deinen Taubsee gelöscht? Da ist eins zu viel weg. Ähm, da war Slot 2, muss ja Taubsee sein. So. So. Genau. Und Taubsee war zuerst und für dich ein Radfranz. Oh, Ripp. Das heißt mein Geo-Dings ist jetzt weg? Ja. 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 Dann krieg ich noch in Slot 3. Prime ist weg. Twitch Prime ist tot. Twitch Prime ist tot. Flopsee scheint kein Geo. Ja. Ja. Ja, 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 ja. So. Oh nein, das heißt, mein Abonnieren ist auch tot? Ja, dein Abonnieren ist tot. Abonnieren kommt ins Endlager. Jetzt nicht mehr abonnieren. Jetzt passt es wieder. Und, genau, Croissant ist noch da, Zwiebel ist noch nahe und Landtaube ist noch da, was passt, ne? Ja, das sind die drei. Oh boy, wir brauchen dringend die Fossil in unseren Token. Oh man ey. Oh, heftig ey. Wir haben drei Pokémon gegen dieses scheiß Rattikal verloren. Ist einfach weggehyperzahnt. Oh, komplett. Alter. Oh Gott, hier sind so viele Zugangs. Ja, ich habe ja auch eben drei Schritte gelaufen, drei Schritte gelaufen. Zubat. Ja, dann geht mir ähnlich gerade. Oh boy, oh boy, oh boy. Geh gut los, dein Auslauf. Ja, jetzt haben wir wieder Platz im Team, oder? Wir brauchen gleich jede Menge neue Routen. Ne. Ich muss wahrscheinlich gegen den Typen noch... Stopp. Hände weg. Jetzt kommt mal zuerst. Die Fossil gehören mir. Yo, Shardhawks, danke für den Raid. Yo, danke für den Raid. Ihr habt gerade richtig die Action verfasst, ey. Oh ey, close one. Wir haben gerade richtig gegen Rattikal verloren. Streber hat auch drei Folkungen. Das ist so liebe. Oh, Slimer? Okay, Slimer geht. So, also... Oh fuck. Wen muss ich gerade austauschen? Oh nein, alles gut gegen Slimer ist weg. Obwohl Pflanze ist gegen Toxin gut, ne? Nein. Ne, Toxin ist gegen Toxin gut. Also musst du Croissant okay sein. Kannst eigentlich mit Landhause richtig. Also warte mal, ich muss meine Luftratte... Ne, warte, Luftratte lebt noch. Ich mach einfach nen Hyperzahn. Mein Radfratz ist weg. Keine Fragen stellen, nen Hyperzahn. Und... Na, alles klar? Yo, alles super soweit. Ja, läuft. Wir haben nur ganz schön drauf bekommen. Also wir machen gerade die Nuslog-Soling-Challenge. Oh ja, Twitch ist auch weg, ne? Oh, ich wollte beide. Ich hätte gern noch meinen Prime. Achso, nein. Nein, alles gut. Das ist... Radikal war schon ein bisschen assi. Das war ein Next Level. Alter, Schild. Komm, stirb. Ah, fuck. Halt einfach Level 16. Kreideschrei? Okay. Oh, so ein Tackles. Weißer, denkmal, man ist schon so hart überlevelt. Wie war dein Stream? Dann kommt das in Level 15, äh. Ja, Level 16. Level 16, stimmt. Ja. Schade, was hast du gespielt? Oh, oh. Ich glaube, nach dem Kampf passiert bei mir was. Oh. Ne, ich glaube, Radfratz entwickelt sich aus Level 20. Wie hat denn Level 16 radikal, da? Ja, das ist ne gute Frage, wie das geht. Diese fucking Pokemon, ey. Was machen wir mal Level 15? Jo, geh weg jetzt. Fullenschlag. Bam, 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 bam. Sehr effektiv? Was? Achso, das ist wieder so ein Mixup von den Typen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug. Ha, 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 ha. Falls du Käfer-Pokem das hast. Das ist halt auf dem Bug. Brauchst, Mock zu benutzen. Alter, geht ab. So, besiegt Streber. Na gut, ich gebe dir eins ab. Und warte ich kurz. Du hast Kingdom Hearts 3 und danach wurde kurz zu der Kamera gefressen und anschließend Vampire's Dawn 1 gezockt. Oha, an Eis. Vampire's Dawn sagt mir tatsächlich nichts, ist das was? Ne, aber, äh, Kingdom Hearts. Ich hab Kingdom Hearts 3 noch nie gespielt. Ich hab auch nie zehnmal gespielt. Ich hab Kingdom Hearts 3 noch nie gespielt. Ich hab auch nie zehnmal gespielt. Ich hab nur viel gesehen. Ich bin so ein Fossil-Boy. Jo, ich bin auf dem Weg. Oh, da hast du ja noch zwei Trainer vor dir. Ja, ich muss wahrscheinlich noch zurück zum Heilen oder so. Hey, hey, hey. Oh, komm, diese ganzen Pokémon-Milien haben ja voll auf den Sack. Das klingt nice. Klingt nach ne Menge Spaß. Auf jeden Fall. Wir haben hier gerade ne Pokémon-Nuzlocke-Challenge-Soul-Link-Action am Start. Das heißt, äh... Pi-pi-pi-pi. Sagt dir ne Nuzlocke-Challenge bei Pokémon was? Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Nein, werdet ihr nicht. Wir werden sie retten. Kannst dir schon mal überlegen, ob du das linke oder das rechte Fossil willst. Du weißt, welches welches ist, oder? Ne, weiß ich grad nicht. Ich auch nicht. Wir machen das gleich fair, wenn du da bist. Dann suchen wir uns eins aus. Ne, sag mir jetzt nichts, was ist das? Ja, und die Partner sind immer die ersten, die wir im Gebiet finden. Ja, genau. Die gehören dann quasi zusammen. Also wenn wir jetzt zwischen Router 1 gehen, dann da die Pokémon finden. Oder wie du hier siehst, wie Sasam und Schiller, äh, Wieser Knosp und Schiller sind auch miteinander verknüpft. Oder die beiden Fossilien gleich. Und die beiden Fossilien gleich, genau. Und die Challenge ist halt, ähm, das Spiel durchzuspielen ohne Wider zu geben und ja, logisch. Da ist der letzte der zwei Pokémon, ich weiß nicht mehr welche. Das ist gut. Ja, der 3 noch viel Level 17. Ja, ist grad Level 17 geworden. Ich geh grad auf Nummer sicher. Oh, fuck, ich weiß welche der hat. Der hat eigentlich nur Gift-Pokémon, dann kann ich ja nicht eigentlich das Ding wechseln sollen. Smogon. Zu spät. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, und wir haben grad... Team 3 verloren. Wir haben grad drei Pokémon an Null 16 Radicals verloren, weil das einfach alles weg überzahlt. Der hat von mir eins gewonnen, jetzt direkt zum Opening. Ja, ja. Das war übel, Alter. Das war richtig übel. Oh, blockiert. Weg, ey. Blubber. Blubber, ich weg. Oh, oh, Voltoball. Da würde ich wechseln, wenn ich du wär. Oh, was? Ja, aber nur... Hm, also unpraktisch. Ich mach mit Luftratte. Oh, oh. Nimm mir nicht meine Landtaufe. Nein, alles gut. Ach so, Rückzug, liebe es schnell genug. Holler ich weg. Hoffentlich. Seine Attacken schlugen einfach fehl. Uh, jetzt passiert hier gleich was. Smogon, da kannst du auch wieder gegen Shiggy reidern. Nee, nee, nix reidern. Ach so, Smetbo für... Wegkonfusionen. Laugenbroten. Weglaugenbroten. Ey, 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 das ist ja effektiv. Ja, ja, das ist sehr effektiv, super. Aber das steht doch, das steht doch, okay. Jawoll, Level up. Jetzt ist er ausgelaugt. Giftfooder, Dinger. Na gut, ich gebe dir eins ab. So, pass auf, wir machen jetzt um das rechte Xing-Zhang-Zhang, hab ich mir überlegt. Wer gewinnt, kriegt das rechte, der Verlierer das linke. Topsi entwickelt sich erst auf den 18. Warte, wer gewinnt, kriegt welches? Ja, das rechte. Ich weiß nicht, welches das ist, aber egal. Shig-Zack-Schnuck. Shig-Zack-Schnuck. Bam. Das war grad Double-Reverse-Mind-Game. Ja. Also ich krieg das linke, ist klar. Möchtest du das? Helix-Fossil? Okay. Das Dom-Fossil. Das Dom-Fossil. Ist meins Armoniter wahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht mehr genau. Okay, dann könnt ihr das hier mir... So, ich will jetzt erstmal raus. Ein Klein-Stein, ja ich will hier auch raus. Oh, ich bin raus. Nice. Das ist der Ausgang? Nein. Ich bin auf mich zu-span. Du hast echt ein bisschen kacke, dass du da nicht... Oh, wir haben nächsten einen Counter. TM4. Achso, du meinst... Wo ist das gefunden? Da oben, oder? Ja. Nee. Ich muss noch ein bisschen weiter nach rechts. Ja, jetzt hoch, genau. Ah. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Azurias City und healen, oder? Und dann machen wir den Encounter hier vorne. Und das ist dann, äh... Dein Encounter. Okay. Dann erstmal nach unten. Nee, nach rechts. Nee, nach rechts. Azurias City ins Pokémon Center. Misty! Erstmal healen. Schön Elektro-Pokémon. Wir sind wieder back zu 3 Pokémon. Team ist wieder klein. Wie viele Poké-Bälle habe ich? Ich glaube immer noch 11 oder so. Das sind einfach richtig viele. Ja, dann zeig mal was zu... Was ich finden kann. Ja. Erstmal nix, wie es aussieht. Warte, wenn du jetzt was damit... Ja, das geht! Ein Habi-Tag hatten wir noch nicht. Oh, der FC nur. Du hast einen Ratz-Fratz, ne? Oh, Teckel. 17, ich hab einen Ratz-Fratz. Aber du hast auch schon einen Ratz-Fratz verloren. Zählt das denn? Nicht genau. Wie viel Schaden macht denn das? Das ist nämlich ne gute Frage. Junge! Alter, du hättest fast unbenietet. Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich erstmal gucken, was du überhaupt überlegst. Ich fang's erstmal an. Ich kann hier auf dem nahen Screen einfach gleich bleiben. Oh, oh. Gut. Ich kannte die Regel sowieso nicht, also mach halt. Okay, ja, dann hol ich's mir. Okay. Dann hab ich jetzt wieder ein Level-10-Ratz-Fratz. Oh, wieder hochgrinden. Ich könnte mir schon mal einen Habi-Tag-Namen raushauen. Oh, ja. Horten Namen für Habi-Tag raus. Ich glaub, da muss ich gar nicht hin. Ich muss unterhalten. Oh, Mann. Wie wär's mit Follow? Nein. Oh, ja. Follow ist gut. Oh, das ist... So, warte. Welche Route ist das? Habi-Tag? Bei deinem Count? Ich glaube, es ist Route 4. Zwei Kilo-Vogel, Alter. Glocke. Glocke, okay. Und was hatten wir für das Radfatz? Hatten wir noch vorhin was gesagt? Ja, für meins, aber ist ja schon ein bisschen her. Aber ich will jetzt den Gedankengang hinter Glocke verstehen. Klick die. Klick die Glocke, ja. Okay, das war ein Reverse-Witz, aber gut. Klick die Glocke. Gucken, ob das passt. Nice. Oh ja, das passt, nice. Klick die Glocke. Das ist richtig dumm, das gefällt mir. So, klick die. Und followt, wenn es euch gefällt. Okay, Glocke. Okay, ich darf mir wieder einen Radfratz geben und dir einen Habitag, weil das Slot 4 ist frei. Radfratz. Radfratz. Jetzt gibt es auf die Glocke. Du bekommst in Slot 4 ein Habitag. The grind is back on, people. Ja, das ist Habitag. Zeigt mir Habitag. Damit man dann gegen nicht kennt die Person, ne? Das ist Habitag. Nice. Okay, ähm. Warte, welche Route bist du? Gib mir die Karte. Das ist Route 4. Okay, das heißt für mich ein Radfratz. Und für dich ein Habitag. Oh, Level 12, oh fuck. Und das war dein Encounter. Ja. Gut. Aufs Croissant. Alter, wie zwölf Habitag? Ja, hatte ich auch eben. Da dachte ich mir so, what the fuck. Oh, mach den mit den Volltreffer rein, Alter, der Penner. Oh, oh. Und, vorbei, da ist er weg, okay, ich leg Habitag in die Box. Sorry, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Du hast nur keinen Bock auf das Ratzpratz. Ich leere mal kurz mal hier. Und tschüss Glocke, gut, dass ich noch nicht so viel gegrindet hab. Das tut mir so leid. Klick auf die Glocke ist auch weg. Klick auf die Glocke ist kaputt, ja. Upsi, Entschuldigung. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Okay, viel mehr Gebiete haben wir hier nicht, oder? Wir müssen nach oben gehen dafür. Die Nugget Brücke erstmal machen. Dann haben wir oben noch nen Account. Zwölf Stunden hier, schon gezockt, ey. Sehr gut. Pokémon mitnehmen, nein, Pokémon mitnehmen will ich nicht. Ich will Pokémon ablegen und zwar klickt die, muss wieder weg. Klickt die Glocke, gibts nicht mehr. Das ging schnell. Das ist das dritte für dich. Oh ja, richtig, gut, dass du das sagst. U-Boot, oh nein, fuck, was ist da U-Boot? Oh, oh. Was ist da U-Boot? Wer sich auch früher verankommt? Oh stimmt, wir haben einen Rival-Kampf eigentlich. Rival-Kampf, wir sind immer noch da unterwegs. Mir geht's bestens. Let's go, Rival-Fight. U-Boot, setzt Tauboga ein. Oh, Level 18, nice. Ey, was ist das, Leute, war's das? Oh nein, der macht's auch nicht. Ich mach auch's. Tauboga, nein, ich will nicht mit Croissant anfangen. Oh Gott. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, das macht so richtig viel Damage. Das ist Mist viel. Ich hab nur einen Trank, das ist ja mega ärgernlich. Komm direkt mit Überzahl, ich hör alles weg, Krippen. U-Boot wird Abra, Abra kann nur Teleport. Ist gut, um wieder zu gehen. Komm, kein Rückzug, kein Rückzug, kein Rückzug, nein! Was macht denn was, dann Rückzug hieb? Ja, ich kann da nicht, ich kann da nicht, ich kann da nicht. Ich lehre gut. Scheiße. Der Rückzug hieb, genau. Stürbt. Alter, fuck. I'm so sad. Hey, man hat Croissant, level up. Immerhin. Abra. Fripprun. Ja, richtig Fripp. Oh, ein Radkreis. Das Aqua knarre ich einfach weg. Jawoll. Jetzt kommt dieser Samen. Dieser Samen mach ich mit Laugenbrot. Wieso ist denn dieser Samen 017 und der hat es nicht entwickelt? Hä? Achso, ja. Oh, Laugenbruder wollte ich gar nicht. Okay, ich bin durch. Oh boy. Frank Eep. Er hat B gedrückt. Achso. Er hat B gedrückt. Er hat mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gebracht. Ich bin es weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon ein Ärger-System für den PC entwickelt. Er hat sich bei ihm dafür... Also, ich kann jetzt Croissant oder Zwiebel den Kampf schicken gegen Dumant. Riffrun. Los Croissant, du bist dran. Vielleicht triffst du einen heftigen Vorrehenschlag. Energie-Fokus? Nee, das geht auch, ne? Energie-Fokus. Kacke, ja. Komm, Fünfer. Fünfer-Furienschlag. Oh Gott. Zweimal. Oh, Seberblick. Fünfer. Nein! Warum wieder einer Zwei? Oh, er macht Kratzer. Ja! Ja! Ja, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, wir sind so underlevelig. Wir sollten vielleicht ein bisschen grinden. Ich hau ab bis zum nächsten Mal. Fuck. Ich lege mal meine Luftritte ab, ne? Oh! 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 Du kriegst ja auch noch einen Strich. Oh, du kriegst noch einen Strich. Du kriegst noch einen Strich. Läuft bei uns! Schüss Landtaube. Also wir hätten theoretisch einen Token, mit dem wir links ein Pokémon fangen können. Ja, ich überlege. Aber das bringt es glaube ich nicht. Würde ich das links fangen wollen? Ne, dann würde ich glaube ich oben ins High Level Gebiet gehen. Also wie viel High Level das jetzt hier ist. Ja, links. Von oben kam ja unser Rivale. Ja, gut. Stimmt schon. auch noch zu kommen! Okay. Oh, level 20. ich weiß dass ich bin schon mit beiden beiden recht gegen recht fix eigentlich das nummer 12 20 mal heil du bist du hast geduld was bist du enthält einfach nach wo ich habe mit her mit aqua knarre ich habe ein sonderbonbon kp plus flucht dem 1 aktiviert sind mega ich bin schiller mega ja mega ja bei der versuch zu erlernen oder dann kann nicht mehr als die attacken werden zum kunsten von mega nie vergessen werden ja ich hatte so vergessen dann musst du das nicht mehr drücken das ist gut das wird mir noch den arsch retten da werde ich mit dir und reitern das macht ein mega mega geben dass wir damit noch das system 4 immer 14 enthält wirbel wird das so eine kacke und dabei kann ich gegen das pokémon auswechseln lassen nein es ist einfach einfach ja ich würde gerne dinge kaufen ich kaufe mal kurz fünf pokéböller und dann kaufe ich noch mal 15 tränke du hast nicht genug geld ok dann kaufe ich wohl doch keine 15 tränke sondern 14 tränke ich glaube ich kann ein paar tränke gebrauchen ja dankeschön ok ok dann auf zur brücke auf zur nugget brücke wir sind jetzt nämlich ein paar trainer ist nicht was schief gehen kann ok let's go das hieß die nugget brücke wenn du uns fünf trainer besiegst du hältst du einen wertvollen preis willst du dein glück versuchen ja ne lass mal fordert mich heraus leute käfer sammler her wohl graupe ja wohl los croissant welcher typ ist normal lacht normal die duna ist auch kiefer und alles käfer ja aber ging aufgewicht giften ja warm liefstall guck mal wie dieser tackle gar nichts macht ist so gut rhein und Aquaknarrin weg. Nidoran weiblich. Oh, Laugenbrot kann keine Konfusion mehr. Verdammt. Auf Sandwürfel zu nehmen. Ich wechsel auf... Ne, ich will nicht auf Zwiebel wechseln. Bam bam. Oh oh, Laugenbrot wurde vergiftet. Oh oh, Laugenbrot. Nidoran männlich war Gift und normal. Ne, nur Gift. Echt? Die sind nur Gift? Ja, warum? Wozu brauchst du es nochmal? Geber. Warte, wir waren Pflanze und Gift. Wer war Pflanze und Gift? Nein, wie war Pflanze und Gift zueinander? Effizienzmäßig? Pflanze ist schlecht gegen Gift. Schlecht gegen Gift? Ja, aber dadurch, dass dein Ding selber Gift ist, ist es egal. Ja, aber gut. Das ist Käfer wahrscheinlich Shit gegen dich, oder? Also du hast zwei Gift-Pokémon, ne? Ja. Tududu. Ich gehe gleich direkt zum dritten. Radfrax. Das balle ich mit ne Aquaknarre weg. Ah ja. Ein Red-Hahn. Ja, ich kann... Nein, egal. Ich hab mich diese Komforte... Konnte ich verlieren. Nicht schon wieder ein Wickel, ey. Ein Zubart! Leider ist verwirrt. Los, Laugenbrot. Ich will mich zwischendurch einfach lame heilen. Ich... Ja, mach ich auch. Laugenbrot ist Level 21. Teenager. Ratzfatz. Ich geh auch hier... Fahne mal nur zwei Pokémon haben. Tunade. Bam, bam, boah. Nice. Tunade knallt. To hit KO. Retter. Taubsee Level 16. Alter, krass. Noch ein Nidoran weiblich. Hürftig. Ups, ein Megaheap. Ups, auszusehen ein Megaheap. Oh, ne, 21 ist er dann jetzt. Nice. Oh, wieder Dienst. Ich hoffe, er war entspannt. Alter. Mankey. Ist klar, let's go. Aquaknarre. Aquaknarre. Super, den Kampf schicken. Ja, ich blatt gemacht. So, jetzt geh ich nochmal. Superschall, oh nein. Bin ich ja gespannt, was wir als nächstes bekommen oben. Jetzt verfehle ich auch noch. Oh, Alter. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle fünf Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Ich erhalte einen Nugget. Möchtest du auch nicht wie das Team Rocket werden? Nein, unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon. Werde mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Proviert? Oh Gott. Oh, du hast was voll weggevolltreffert, Mann. Ja, willst du mal sehen, wie viel Leben mein Dings noch hat? Nee, lieber nicht. Okay, dann geh ich eine Zeit hin. Ich glaube, ich sollte mich nicht überzeugen, dass Arbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Wie ich das ablehnen kann. Zeig dir jetzt, wie ich das ablehnen kann. Hey, Warta, sind eigentlich sechs Trainer? Wie unfair. Ja, gibt's hier Rocket Dude. Mogel. Aber ich kann das Nugget einfach verkaufen. Ich hab wieder mehr Geld. Mrettan. Ich hasse Wicke. Bis ich den Taub siehe. Zubart. Nein, das mach ich so platt. Let's go. Sei einfach mal und fällig. Kein Bock mehr her. Nidoran. Konzilen und dann... Oh, wir haben gleich einen Counter. Daaa. Du Nadel, bam weg. Manky? Das ist ein Kampfprogramm. Okay. Solltest du mit Käfer nichts machen? Sonst ruhigen Schlag machen. Unbedingt. Ja. Genau, deswegen. Ähm. Das ist zu viel des Guten. Welche Route ist das? Route 24. Denk ich auch noch. So, warte mal. Was war an der letzten Encounter? Der letzte Encounter war Nummer 6, glaub ich, ne? Ne, hier Nummer 7. Route 4. Das war dein Encounter. Ich mach kurz nen Trainerplatz. Mit nem Radfratz versuch das. Sweet. Das hat mich schrecklich geführt. 212. Natürlich macht er genau wieder Superscheid. Wtf, Alter. Okay. Ich warte kurz auf dich, ne? Uh, Item. Ähm. Stimmt. Ja, ne, nach links bitte. Ach hier, oh mein Gott. Da kann man einen Prost mal holen? Ja, da ist noch ein Trainer. Soll wir den machen? Also ich hab den schon gemacht. Achso, ja schlimm, das ist mein Encounter eigentlich. Oh, fuck. Sie hat das erst gekriegt, sehr gut. Taubst die und mir ab, weil das geht. Nein, noch ein Pflanzforkon. Pflanzegift. Du musst nicht genau das angehen. Warum soll ich noch ein Pflanzegift kriegen? Ich glaub ich will nicht wechseln. Ich will den Punko mal werfen. Ne, den wollt ihr nicht mit Folienschlag, Alter. Ich glaub Giftstarre. Ja, Giftstarre ist glaub ich. Macht aber wahrscheinlich richtig wenig Schaden, oder? Uh, geht's sogar. Oh, oh, Absorber. Oh, okay, ist auch nicht effektiv. Oh, ist wieder aufgewacht? Lol. So, jetzt gibt's ein Pokémon, ein Pokéball ins Gesicht. Wie, das ist direkt wieder aufgewacht? Was ist das? Oh, geschafft. Grün. Warum ist das jetzt grün? Weil das Pokémon grün ist. Du hast auf Route 24 einen Myrapla gefangen. Wie, das Taubsi schläft. Also. Wenn gegen mich ein Feuer Pokémon mit hohem Innit kommt, ist der Kapitel vorbei. Dann ist ihm das Lock zu Ende. Ja. Das ist richtig. Aber bis dahin kriegen wir die nochmal um den Pokémon. So, ich hab'n Taubsi wieder. Nice. So, das kleine Myrapla benötigt einen Namen. Taubsi. Das war Encounter Nummer 8 und das war meiner. Oh, mein Taubsi benötigt auch einen Namen. Als wenn ich runter� was, wieder bin. Ja. Das war's. Aber am Kasell. Da war's. Ich bin noch einen Moment. Und dann habe ich auch. Ich bin noch einen Moment. Als es ist kein Kind. Ich bin noch ein bisschen andersrum. Das war's.